Ich spiele die ganze Zeit nur mit der AK. Ich spiele auch nur AK. Ja, ich teste vier halt. Nein, du musst nur AK spielen. Was für ein AMR? Das ist die letzte MP. Ja, ich spiele mal viel Erfolg. Wieso? Du bist so behindert, Junge. Du denkst, die schießt zwar zum Anfang, der erste Börse geht zwar schnell raus, aber wenn du heuer mehr hämmerst da rauf und denkst, die schießt direkt den zweiten Börse. Das ist nicht, ja? Teste die mal, ja. Ja, teste mal. Du rastest aus, das ist geil. Was ist das hier für eine Map? Bombenmap. Das ist eigentlich eine MP-Map, aber ich will mal eine Eye auf Gold haben. Äh, es ist alles so bunt. Mein Gott, ein Kick, ja? Ja, stimmt. Boah, aber die zieht schnell aus dem von dir am Her. Lol. Ey, das Boxen geht mega. Kann ich bei A legen? Der ist mega verschwunden, der Gegner, Alter. Ja, ich bleib da. Ja, und jetzt chillt der da unten. Boah, hier ist irgendwas explodiert. Was ist das? Irgendwer boxst mich. Oh je, ich hab Angst. Ich hau ab. Wer boxst mich denn? Nein, das war ein Assi. Boah, was kriegt mal der MP ab? Was, was? Da ist einer. Oh mein Gott. Alter. Was ist denn? Ganz ehrlich, die Waffe ist so scheiße. Da geht doch. Schieß mal in der Maren. Hinter dir, hinter dir. Ja, links war einer. Vorsicht. Der war unten. Oh mein Gott. Mit seiner scheiß Waffe da, Junge. Lol. Hab ich die jetzt bekommen in der Waffe oder nicht? Ja, ja, doch, doch. Das war komisch. Ist das eine 3-Burst-MP? Ganz komisch, das spielt hier nicht. Du schießt fünf Schüsse und dann burstet die. So. Das war der Burst. Aber die ist schnell, ne? Sehr beweglich. Aber du, die zwischen den Burst dauert das ewig lange, Alter. Trotzdem ändere ich die jetzt. Ich muss acht Kills machen, ich muss acht Kills machen. Warum? Ich muss acht Kills machen, dann habe ich Gold. Ach so. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Immer der Nase lang. Ich hab zwei bei... Ich hab noch einer. Walked their way. Alles zu Ende, jo. Ich lieb die Waffe so, wegen einem... Wegen Burst. Guck mal, da... Aber die Aja-X ist auch gut. Und da, wo ein Gegner war, was droht. Hast du gesehen? Ah, das ist... Die ist doch bei Gold voll aus dem Marken, ne? Voll tricky, jo. Ja, da ist... Mit dem komischen Laser-Scheiß da drauf. Charm! Oh, yeah. Boah, das geht sogar. Boah, ich hab die voll die Ausschau. Kann ich legen, Steven? Bleibst du hier? Ja. Bei H sind zwei. Bei H sind zwei. Ja, links ist auch eine. Steven! Hilfe! Mein Gott! Na, er hittet mich. Aber wie rot er ist. Oh, nein, nein! Nein, bei A eine Bombe! Steven hat mich sterben lassen. Wie unschön der entschärft, also vielleicht. Aber die KD, du weißt. Loll, komm mir nicht. Darum haben wir heute mal eine ganz kurze Raucherpausel machen. Auf jeden Fall. Sorry, und so, dass ich dich nicht beschückt habe, ja? Ja. Ja, das bringt... Wie soll man da böse sein? Ich muss auf KD achten und so weit. Aber eigentlich bin ich richtiger als KD. Ja, als KD. Als Chantal. Oh, komm schon, Alter. Der klaut. Der ist auch so langsam eben wie ich. Ich brauche noch zwei Abschüsse machen. Oh, Böse. Das war Böse. Aber Katie ist auch immer so am Pre-Aimen und Schimmeln, ne? Ja. Seit wann tusche ich denn? Keine Ahnung. Ich glaube, die gehen zu Bär. Bei den Warenkontieren haben die Bomber geräumt. Boah! Was war das denn? Aber warte, ich könnte gut sein, dass die Maps mal wieder aufgeräumt sind hier und nicht so wie ein Goat, dass da alles irgendwo rumliegt, äh. Ja, man sagt, das tut dann auch leer. Pass auf, der letzte hat eine Shotgun. Okay. Versuch so ein bisschen, die äh, Distanz zu bleiben. Da hat der Bulldog oder so gefunden, ja? Wollt noch kommen, gehabt, der legt. Nein, die Takt 12 oder so. Die Bombe wurde platziert. Und weggeschrotet. Ja, weiter, komm. Läuft der Runde, oder was? Stand da oben. Was ist über dir? Die Pumpe ist so krass, ne? Mit dem Energie-Bulls-Dings da, Alter. Takt 19, nicht 12, ne? Oh, lol. Trusch, Junge. Blas-Mack-Norre, ey. Jetzt geht er da. Hat das so'n Taser, was? Hm. Das ist so'n 12-Meter-x-12-Meter-Taser. Ich hab' ne Drohne, ich mach' die mal an. Ich hab' gar keine abfassiert. Warum nicht? Ja, ich hab' für viele Extras jetzt und so. Hä? Hä? Nimm die Platz weg, die Abschluss-Serien? Jaja. Auch alle, ne? Ja. Die sind alle irgendwie... Oh Gott, da ist noch ein Kriegner. B, B. Oh je. Ja, aber wir müssen noch die Bombe eigentlich legen. Genau. So, ja. Gut. Aber wir haben keine Bombe mitgenommen. Das ist es. Ich geh' mal holen. Oh, hat er mich verarscht. Nein. Gut, gut. Ich bin voll vom Sticker gerückt. Ich hab' das Glück gehabt, dass ich ihn getroffen habe. Das ist ja eine schleimige Angelegenheit. Was ist das denn für ne Bisschen? Atlas 45. Shitling. Du bist ein Kack-Pop, Alter. Ich muss ja gleich Würstchen warm machen, ey. Ich hab' so Hunger. Ich brauch' eine Pause kurz, ey. Ich freu' mich schon. Würstchen! 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 Ich hab' auch Hunger. Hm, genau, weil ich essen, ey. Aber ich esse es später. Boah! Was? Oh, wie der Schraube, Alter. Boah! Durch dieses hässliche Pisting-Kampf. Man kann hier nirgends wo durchschießen. Das fackt mich so'n kleinen BW nicht ab, ey. Bei uns am Sport ist einer schon, oder? Was machst du denn da mit B, Alter? Was macht er mit mir? Ey, das ist total verwirrend, alles. Ich bin alleine. Bei B. Bei B. Was? Mir gefällt's auf. Also es ist aber echt hart an der Grenze, dass man da mit klarkommt, so. Aber wenn's euch das nicht durchsetzen in CWs. Diese ganzen, die so schon die ganze Zeit rumpimmeln und so, weißt, Alter. Die springen die ganze Zeit gar nicht, Alter. Die sitzen einfach nur in Ecken und warten, bis sie da reinsteigen. Solltest du dich noch durchsetzen in CWs, dass mit Exo gespielt wird, ist das auf jeden Fall was ganz, ganz Neues, ne? Vergiss die Bomben nicht. Ey, deswegen ja. Das ist was extrem Neues. Da kann man sich ja dran gewöhnen. Ja, auf jeden Fall. Die ganzen, die eh kein Movement haben, Alter, die verkacken eh alle. Die denken sich, oh. Hm. Dankeschön. Einer bei A drin, einer bei A drin, einer bei A drin. Habe ich. Hinter mir, hinter mir. Habe ich, habe ich, habe ich. Oh, hier kommt noch einer. Boah! Der ist da, wo ich war. Wo die Bombe ist. Ich hab kein Movement. Kein Hit. Lol. Lol. Was denn denn? Wo ist der Gegner? Ach du Scheiße. Der ist da immer noch. Ach du Scheiße, du hast ihn ehrlich gekriegt. Mein Gott. Nice, Junge. Oh Gott, wie schlecht war das denn? Und viele da noch? Unter dir, unter dir. Sieben. Zwei. Oh! Nein! Da geht's noch, Junge. Aufgefahren. Oh, der hat den Kilo noch bekommen, der Lappen. Oh! Das ist ja immer ein geiles... Ja! Nice! Ah, ich bin gegen dieses Ding gesprungen! Unterbogen da! Ah, ich wollte ihn so überspringen! Räbe Tafel. Finde ich nice! Oh! Wie die Rakka-Pistole, ne? Also die ist wirklich overpowered. So langsam komm ich klar hier auf, das ist ein bisschen Raiden mäßig. Raiden mäßig? Ja, so einen kleinen Tick. Auf jeden Fall. Findest du? Ein Stück. Habt ihr den? Ah, nein! Komm nicht klar, wenn ich... Toll. Wenn ich spring und auf ihn schießen will, geht er immer darauf in diesen Kampfmodo. Nein, ich wollte ihn messern. Er boxt mich einfach. Oh mein Gott. Das Team hätte ich ihm jetzt gegeben, Alter. Komm jetzt, komm jetzt. Nein, der Schalter. Er tölt doch einfach da, ne? Der sitzt von Anfang an da. Ist auch so. Er ist bestimmt richtig stolz auf sich. Er hat die Poses. Er hat die Poses. Er hat die Spots. Lass uns mal schnell blenden, ja? A, B. A. A ist leichter. Dann müsst ihr mich aber auch beschützen. Ja, ich bleib bar. Machen wir vielleicht. Wo geht's denn hier lang? Ach, lol, Alter. Er hat zwei Löwen sich in den Gang rein, ja. Da ist ein ungeschütztes Ziel! Hinter dir, hinter dir! Ah, den hab ich. Leg, ich lege, ich lege, ich lege, ich lege. Ja. Immer noch, ich lege. Immer noch, ich lege. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Die Bombe wurde platziert. Mach der Kampf hinten. Ich renne hier irgendwo lang. Da kommt einer rein vorne. Habt ihr die Mitte? Habt ihr die Mitte? Die Mitte kommt einer rein, da ist gerade einer rein. Da ist doch bei der Bombe. Ne, ne, ich seh die Bombe, alles gut. Jawoll. Backup. Beste Posey. Ist so da oben, ne? Voll die Posey stibitzt. Ich hab mich aber einfach neben die Tür gehängt. Und ich war da unten liegen, säße. Lustig. Ja, das verbieten die EMTB. Aber die KF5 ist gar nicht schlecht, ne? Die ist geil. Die haut rein, ne? Die haut rein, ne? Und die Dings, die ASM1, die geht auch noch, aber die schießt komisch irgendwie. Die, äh, die Stüringerin von links. Das Ziel verteidigen! Ah, da geht's schon zur B. Oh, lol. Oh, was ist das denn? Ich hab da zwei geholt. Hä? Hast du den, oder was? Ja. Einen hab ich jetzt noch. Oh, ich hab wieder gar keinen gesehen, ey. Wurr! Wurr! Sauberer Treffer! Ja, nice! Warte, das ist Two-Hits gewesen, ne? Hä? Ah, die Waffe muss ich ausspielen. Die sieht richtig geil aus, so wie. Ich bin nur mein EMA auf Gold und mein GE auf Gold. Das Ziel verteidigen! Feindliche Drohne online! Feindliche Drohne auch noch. Kommen doch eh gleich alle da von links, ne? Wir sind schon durch, bei A. Loil, ich tippe dich. Abgekackt. Bei uns haben spawned schon einer. Hä? Na, ja genau. Das will ich sehen. Oh, er bleibt da echt hängen, ne? Oben. Bei B. Springen wir mal hoch jetzt hier. Dort. 2 Stück vor Mitte. Weiter, weiter, weiter. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Hinter dir ist auch noch einer! Hinter mir jetzt? Nein, hinter mir. Schmeckscher. Der war bei A noch, der Letzte. Wie die mich irritieren. Egal, einer noch. Ich hab den nicht gesehen, weil ich mich immer auf den einen konzentriere. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber du wirst doch schon angeschrien von zwei Leuten. Ja, ist mir egal, ich wollte den Kill haben. So die Todespose hier oben. Ja, Mann. Oh, je. Ich bin zu B, oder? Ja, ja. Die ganze Zeit schon. Wir sind beide. Eins gegen eins. Da ist er! Da liegt er! Oh, Digga! Er liegt. Geh dir einmal zurück, ich geh kurz in die Küche. Bis gleich. Bis gleich. Ach komm, scheiße. Pinkelpause. Bis gleich. Yeah. Verloren. Da haben, da haben, da haben. Mission gescheitert. Nur von 10 Sentinel. Sentinel? Oh Gott, oh Gott. Oh je. Okay. So. Mal gucken, ob ich einen von euch in Kakel weitergeben kann. Ich muss erst mal zurück gehen, ne? Hm? Wir sind da noch... Ja. Ja. Tschüss. Ja. Hallo. MIE.